Wir haben hier schon die 33 Follower auf Roblox und die 116 Anfragen und wir haben 33 Follower. Das ist einfach krass. Ich wollte euch dazu nur etwas sagen und zwar habe ich einen neuen Roblox Account. Ich habe da auch Robux drauf. Ich kann ihn euch gerne mal zeigen. Da könnt ihr mir gerne alle auf Roblox folgen. Nicht mehr auf dem Account, da könnt ihr mir natürlich auch noch folgen. Aber ihr könnt mir gerne auf dem Account eine Anfrage schicken. Da heiße ich Lissi. Ich blende es euch. Nein, ich zeige es euch ja hier oben. Ich gebe es hier gerade ein Unterstrich, also Lissi Unterstrich, also dieses Ding hier. Aber das halt einmal. Lissi Unterstrich, dann Unicorn und dann eine 4. Und dann geht ihr auf Suche und ja, hier bin ich. Ich habe als Anzeigename Lissi Unterstrich Roblox. Ja, das bin ich. Und ja, ich bin mit mir selber befreundet. Ja, genau. Auf jeden Fall, ja. Da könnt ihr gerne einfach auf Folgen Tippen. Ja, also, weil hier, das bin ich. Also da heiße ich, also ich heiße in Lissi und 4. Hab schon die 102 Freunde und die 7 Follower. Danke wirklich, dass ihr das wisst, dass das mein Account ist. Ja, da habe ich die 7 Follower. Ihr könnt mir da gerne folgen. Das ist mein Skin. Den habe ich mir gestern gekauft für Robux. Ja, ich finde ihn mega, mega nice. Also ja, Leute, weil ich merke, dass ganz viele auf meinem, also aus diesem Account, wo ich gerade drauf bin, mir eine Anfrage schicken. Aber Leute, das bringt euch halt wenig, nicht, weil hier bin ich nicht mehr so oft online. Ich spiele auf Lissi-Unicorn sehr oft Murder Mystery. Und da kann ich auch mal ein Video zu machen. Also ja. Genau, das war nur meine Info für euch. Also Leute, aber ich finde das schade, wenn ich diesen Account, ich will diesen Account hier nicht löschen, weil da habe ich einfach die 33 Follower dank euch und die 116 Anfragen. Und ja, meine ganzen Freunde halt, zumindest 200 Freunde oder halt 199. Genau, Leute, also wollte ich das euch nur mal mitteilen. Hier sind so viele Fans von mir auf diesem Account. Und wie ich mich mit meinen Fans befreunde, spiele auch manchmal mit ihnen. Und deswegen finde ich das mega, mega schade, wenn niemand weiß, dass ich einen anderen Account habe und auf diesem Account gar nicht mehr so spiele. Also ja, also ja, ich würde euch am liebsten jetzt gerade jetzt auf meinen Account mitnehmen, auf meinen Unicorn-Account. Also lösst du euch Unicorn 4. Aber das kann ich nicht, weil ich darf mich ja von Roblox nicht abmelden hier auf diesem Account. Weil sonst kriege ich ihn nicht mehr, weil ich mein Passwort hier auf diesem Account nicht. Aber auf diesem Account, also lösst du anstrich Unicorn 4, da weiß ich mein Passwort. Deswegen wollte ich diesen Account hier erstellen, weil ich mein Passwort nicht mehr weiß. Ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich alle ausladen. Von diesem Account hier, von diesem Account hier weiß ich mein Passwort nicht mehr. Und wenn ich mir jetzt Roblox kaufe hier auf diesem Account, stellt euch mal vor, dann lösche ich raus aus den Roblox und dann sind meine ganzen Roblox weg. Deswegen habe ich mir einen neuen Account erstellt und jetzt auf löschen-unicorn4 könnt ihr mir gerne eine Anfrage schicken. Ich nehme eure alle, eure ganzen Anfragen natürlich gerne an. Ja, da habe ich schon die 102 Freunde und ein paar Fans sind auch dabei. Ja, Leute, also mein löschen-unicorn-Account habe ich auf meinem Handy, also nicht auf diesem Tablet hier, sondern auf einem anderen Gerät habe ich diesen Account. Und deswegen kann ich euch leider nie mitnehmen, wie ich auf diesem Account da spiele. Das ist schade irgendwie. Ja, das ist voll schade. Und ja, genau. Ich bin hier ja Stufe 22, 23 in Towerfell. Und in Adopt Me habe ich halt hier auch eine Turtle und so. Deswegen möchte ich diesen Account eigentlich gar nicht löschen. Deswegen, ja. Das wollte ich euch nur mitteilen. Ihr könnt mir eine Anfrage auf Lucy-unicorn4 schicken. Ich zeige euch nochmal, wie das geschrieben wird. Und zwar so. Also ihr seht ja die mit der pinken Bielaufmaske hier. Äh, genau. Äh, da könnt ihr mir gerne eine Anfrage schicken. Lol. Der Eierkocher war gerade so random mal an. Okay, ja, sorry. Den musste ich leider ausmachen. Genau, Leute. Auf jeden Fall, das bin ich. Ich heiße hier als Anzeige nebeneinander zwar Lissy-Roblox, aber ich heiße Lissy-unicorn4. Gibt mich einfach ein. Und wenn ihr dann seht, dass ich diesen Merck, also diesen, dieses, äh, diese Kleidung hier trage, dann bin das ich. Und dann schickt mir einfach eine Anfrage. So sehe ich nämlich aus. Und, ja, ich finde mein Outfit, ich liebe es, Leute. Ich liebe es. Äh, ich habe mir sogar einen Dojo Craft DP-Merch gekauft. Ich fand ja den so cool. Genau, also, ja. Am besten würde ich natürlich euch mitnehmen. Und, ja, ich habe gerade mal, ich habe, glaube ich, die, ich habe 200 Roblox für mein Outfit hier ausgegeben, insgesamt. Weil die Piel-Off-Maske, das Gesicht und so, hat alles Roblox gekostet. Und die Haare, die finde ich nämlich mega nice. Ja. Und jetzt habe ich noch, glaube ich, keine Ahnung, wie viele Roblox, 800 Roblox habe ich noch. Und ich muss mir wieder welche aufladen. Deswegen, ja, ich einfach nur so meine Billografie. Hi, guys. Okay. Ja, Leute, auf jeden Fall, das wollte ich euch nur sagen. Ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen. Danke für die 61 Abonnenten. Das geht echt so, so schnell. Ihr seid echt so krass, Leute. Ihr abonniert mich alle. Dankeschön, Dankeschön. Wirklich. Es ist krass. Ja, Leute, auf jeden Fall, das wollte ich euch nur mal erzählen. Und ich verstehe nicht, warum ich immer hier auf der Startseite bin, wenn ich euch irgendwas sagen will. Naja, Leute, auf jeden Fall, ihr könnt mir eine Anfrage schicken auf lese. Das wollte ich euch nur mitteilen. Ja, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao.